Prinzessin Kate musste sich einer Operation unterziehen, das behauptet zumindest der Palast. Im Internet kursieren jedoch die skurrilsten Gründe für die Abwesenheit der Thronfolgerin. Prinzessin Kates Abwesenheit löst wilde Theorien aus. Prinzessin Kate, 42, ist von der Bildfläche verschwunden. Der Grund dafür soll ihre überraschende Operation am Unterleib sein. Nach rund zwei Wochen Aufenthalt in einem Londoner Privatkrankenhaus soll sich die Gattin von Prinz William, 41, wieder zu Hause befinden. Bis Ostern müssen die Fans der Prinzessin jedoch auf ihre Rückkehr warten, was vor allem reichlich Zeit für die wildesten Theorien für ihr Fernbleiben ermöglicht. Neben der Frage, wo Kate sei, spielt vor allem der Grund für ihre Abwesenheit in den Verschwörungstheorien eine große Rolle. Anstelle eines Eingriffes am Unterleib soll sich Kate laut einiger Nutzer auf X, früher Twitter, den Po vergrößert haben. Ein Prinzessinnen-Schutzprogramm wie in einem waschechten Disney-Film könnte für einige ebenfalls in Frage kommen. Doch es wird noch skurriler. Prinz William Jüngstes Statement befeuert die Gerüchteküche Soll das heißen, dass Kate Middleton, dieselbe Frau, die nur wenige Stunden nach der Geburt wie ein Supermodel vor dem Krankenhaus posiert hat, plötzlich monatelange Genesungszeit braucht? Bevor sie ihr Gesicht zeigt Und die britische Presse respektiert jetzt auf magische Weise die Privatsphäre? Das fühlt sich unheimlich an Schrieb dazu ein anderer Nutzer auf X Die Sorge um die Thronfolgerin scheint wirklich angebracht zu sein Doch ob hinter Kates Abwesenheit eine Schönheits-OP oder eine heimliche Beziehung zu Schauspieler Pete Davidson, 30, steckt, ist fragwürdig Dass nun auch Prinz William bei der Gedenkfeier für Konstantin von Griechenland, 82, aus persönlichen Gründen absagte und das offizielle Statement sein persönliches Wappen zierte Welches er nur vor der Ehe mit Prinzessin Kate nutzte, befeuerte erneut die Gerüchteküche Wie geht es Kate wirklich? Das wird der Palast laut Page Six nicht verraten und sollte es gesundheitliche Update geben, dann nur zugegeben Anlass Die Fans halten bis dahin an der Vorstellung fest, dass die dreifache Mutter passend zum Ostersonntag auferstehend wird Die Fans halten sich ein wenig an dieser Runde zu der Bedeutung an der Vorstellung fest, dass die Schauspieler an der Vorstellung festgelegt wird Das ist eine etwas- und)]einige Beziehung an der Vorstellung festgelegt